Willkommen zurück, Leute, zu Cursery, der böse Mann und der schwarze Kater. Einem, finde ich, sehr schönen und spannenden Wimmelbildspiel. In einem Stil, den ich mag. Und wir verfolgen weiter den bösen Mann, der jetzt irgendwelche armen, unschuldigen Mädels auch noch dazu zwingt, ihn zu heiraten. Das werden wir nicht zulassen. Im Namen des Mondes werden wir ihn bestrafen. Käse haben wir gefunden, das ist ja auch schon mal ein Anfang. Josette, meine Tochter, wurde mir genommen. Ich weiß, ich werde sie nie wieder sehen und kann nur hoffen, dass es ihr gut geht. Das hoffe ich auch. Noch ein Opfer des bösen Mannes? Wahrscheinlich schon. All diese Skelette, wie viele Leute sind hier wohl umgekommen, ohne jede Hoffnung zu entkommen. Also, der ist ja schon krank, ne? Ich dachte erst, er wäre gar nicht so schlimm, weil er sie ja geliebt hat, aber mittlerweile. Der Code zum Öffnen der Schatzkiste ist eine gebräuchliche Jägerbeutepaarung. Jägerbeute. Aber den Käse, den brauchen wir natürlich wahrscheinlich für die Mausplakette oder so. So, was haben wir hier? Sternen-Ornament. Und da ist das Kreuz bei dem Engel draußen am Strand irgendwo sonst wo. Der einzige Ausweg ist die Gefängnistür, aber die ist verschlossen. Alle Vorrichtungen, die man für eine Gefangenschaft braucht, waren schon vorhanden und warteten nur auf das nächste Opfer. Also, sind die echt hier so armselig gestorben? Das ist schon traurig. Das ist schon echt bitter. Oh, da war ein verfluchtes Objekt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe bestimmt schon welche übersehen. Hängt hier noch was? Die Wände sind feucht und es ist eisig. Ich bin unter der Erde. Also, ich habe hier den Schlüssel. Kann ich den nicht... Wieso ist denn hier der Schlüssel und die sind nicht rausgekommen? Werfe die Münzen und gewinne, wenn sie denselben Kopf zeigen. Münzen werfen? Hä? Werfen die Münzen und gewinne, wenn sie denselben Kopf... Also, müssen alle den... Müssen... Muss ich überall Schädel haben? Bestimmt. Muss überall Schädel haben. Hm. Das ist ja tricky. Also, wir wollen nur Schädel haben. Oh, jetzt bin ich sehr nah dran. Nur die beiden fehlen noch. Schade. Schaffe ich das? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja gemein. Hm. Das ist ja schwierig. Vor allem, die hier unten sind immer so gemein, finde ich. Oh. Wieder nur zwei, die mir bleiben. Das ist so gemein. Wie man es auch macht, ne? Wenn man natürlich auch nur Spinnen hinbekommt... Oh, jetzt ist nur noch einer. Nur noch einer fehlt mir. Oh. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Musik Will die immer nicht anrühren, wenn ich's schon soweit geschafft hab, die anderen. Aber ist ein lustiges Drehrätsel. Ich hab richtig meinen Spaß. Das sind die Rätsel, die man mag. Versuch ich das jetzt wirklich noch ein paar Stunden oder überspringe ich das jetzt gleich? Weil sicherlich schafft man das irgendwann. Wenn man die gewisse Intelligenz besitzt, die mir anscheinend fehlt. Man muss es... Ist auch wieder gut, ne? Es fehlt halt immer doch einer. So ein Schafscheiß. Ist ja klar, wenn die alle gleich umgedreht sind, dann drehen sie sich auch in die richtige umgekehrte Richtung. Aber wenn einer dabei ist, der nicht stimmt, find ich das schon wieder echt blöd. So Schritt für Schritt gehen ist vielleicht wirklich das Beste. So, jetzt ist der da oben. Das muss doch zu schaffen sein. Jetzt ist der falsch rum. Warum ist einer immer falsch rum? Ist wieder einer, der fehlt. Mann! Der muss natürlich dann... Naja, jaja, jaja. Der muss natürlich richtig rumgedreht werden. So wie bei so einem Drehrätsel. Dass man das einmal zwar kaputt macht, aber dann stimmt es hinterher. So. Hm. 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 Voll gemein. Ja. Ja. Also da könnte ich noch eine Weile drehen. Ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Aber bin ja schon auch gut dabei gewesen. Habe jetzt schon mehrmals noch einen gehabt. Da ist der nächste Schritt sicherlich nicht so weit entfernt eigentlich. Aber irgendwie tue ich mich da doch ein bisschen schwer. Ich überspringen deswegen jetzt einfach mal. Obwohl es mir schwerfällt. Also normalerweise würde ich das alleine jetzt nicht überspringen. Ich mache das jetzt nur, weil es halt einfach ein Let's Play ist und wir weiterkommen wollen. Ist auch so ärgerlich. Echt. So ärgerlich. Ja, ich überspringe es jetzt einfach mal. Ja, komm. Überspringen. Das Überspringen ist nämlich deaktiviert. Fahne gewisse Zeit den Tipp. Ja, möchten wir trotzdem machen. Wir wollen da jetzt rauskommen. Und das machen wir auch. Wir kommen jetzt hier raus. Ach, hier sind wir wieder. Jetzt haben wir unsere Karte wieder. Renés Gürtel. Sie ist nicht mehr im Turm. Renés Gürtel. Was ist mit dem Korb voller Krimskrams in der Ecke? Das sind bestimmt die Sachen der entführten Mädchen. Und wo sind die jetzt? Ach so, hier geht sie da runter. Ach, da ist die falsch. Was haben wir hier? An der Glocke ist ein Stück Seil befestigt. Um an das Seil zu kommen, muss ich die Glocke finden. Ja. Schön. Können wir hier was reintun? Diese Dinger gehören hier aber nicht rein, ne? Hier ist eine Glocke. Wir gehen mal erstmal hier weiter. Sag mal an, wo sollen wir hin? Ach, wir sind schon richtig. Wir sollen hier was machen können. Kannst du hier mal rausgehen? Ich möchte rausgehen. Hier ist der doofe Kater auch gewesen. Das sieht mal aus. Hier, Käse. Kleine Maus. Hier war ja der fiese Kater, der uns erschreckt hat eigentlich. Aber jetzt ist er nicht mehr da und erschreckt uns. Äh, 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 äh. Was können wir machen? Da wieder ins Haus gehen. Maus-Medaille. Wir können erstmal wieder runter und diese Medaille da einsetzen, würde ich sagen. Wir würden das erledigt haben. Äh, äh, Emaille, Emaille Rose. Irgendeine Rose. Die wir irgendwo einsetzen können. Hier warren wir schon. Ich benutze mal lieber das Ding hier. Das ist irgendwie besser. Und sie ist weg. Leer. Wie erwartet. Wohin hat das Monster sie jetzt verschleppt? Die Arme. Können wir hier noch was machen? Ne, wir können nur dieses bescheuerte Ding nochmal lesen. Will ich aber gar nicht. So, willkommen zurück. Hier waren wir ja erst eigentlich. Es gibt nur einen Grund, warum jemand das Hochzeitskleid stehlen würde. Ja, damit es angezogen wird. Ich geh mal raus und wieder rein. Bewegt sich irgendwas anderes aus, das ist außer dem Spiegel. Weil jetzt könnte hier gut ein Chameleon-Objekt, ich sag mal Chameleon-Objekt, obwohl das ja eigentlich ein verfluchtes Objekt ist. Aber es ist ja von den Machern von den Dark Parables zu teilen, deswegen ist das alles schon sehr ähnlich. Auch die Geräusche und so. Wir sollen hier was machen können und da auch. Dann geh ich mal erstmal nochmal hier hin. Was können wir machen? Was können wir hier tun? Vielleicht hier schon mal so eine Rose einsetzen. Okay. Vielleicht auch den Stern? Nein, den nicht. Das ist erledigt. Einen weiter. Gibt es hier auch etwas zu tun? Der Spaten ist in zwei Teile zerbrochen. Wie kann ich ihn reparieren? Vielleicht mit diesem Gürtel? Tatsächlich. Mit dem Spaten können wir natürlich jetzt auch... Ich komme, René! Mit dem Spaten können wir natürlich jetzt zu dem Sandhügel... Wo ist der denn nochmal? Wo ist der denn nochmal? War der hier? Nein. Was gibt es hier eigentlich noch zu tun, dass wir immer wieder hierher gebracht werden? Was ist denn hier noch? Gott, ich verstehe nicht, was es hier noch zu tun gibt. Ach, hier oben ist noch was. Ach, da ist der Kater. Der hat uns die ganze Zeit beobachtet. Schon wieder dieser Kater. Immer wenn ich mich umdrehe, ist der da. Er folgt mir. Er beobachtet mich. Ah, wir sollen auf diesen Kater also achten. Ist natürlich ein bisschen unheimlich. Da kann das Stern-Dings rein. Und dafür kriegen wir den ominösen Totenkopf-Siegelring und diese E-Mail-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Genau das. Genau. Hier sind wir ein bisschen zu weit weg, würde ich sagen. Gehen wir mal hier hin. Wo ist denn dieser doofe Sandhügel nochmal? Der war doch gar nicht so weit entfernt. Bringen wir erstmal das eine Ding da rein. Wunderbar. Ich möchte zu dem Sandhügel. Hier ist der Sandhügel. Da. Spaten. Um Kiste mit dem Totenkopf zu öffnen, brauche ich etwas, das in die Vertiefung passt. Wie zum Beispiel ein Totenkopfring. Passt, wie angegossen wurde er wahrscheinlich. Auch der böse Mann bringt alle entführten Mädchen zu einem betagten, aber gut erhaltenen Ort namens Silvery Coral. Ein Hinweis, wo sich der Geheimgang, der zum Dorf befindet, ist in der Löwenstatue außerhalb des Turms versteckt. An eine Löwenstatue kann ich mich nicht erinnern, aber an die grausam defamierte Statue eines Mannes. Okay. Noch irgendwas? Nein, dann wimmeln wir erstmal. Hatten wir ja auch noch nicht. In diesem Part. Los geht's. Ich suche mal erstmal die Objekte, die so zufällig aussehen wieder. Action. Wimmelbild Action. Ich glaube, das wird's dann so langsam sein. Das ging fix. Da ist noch der rote Ring. Haben wir alles? Juhu. Das ging gut. Das haben wir auch. Da ist die Glocke. Das hatten wir schon. Hier ist noch etwas. Mit dieser Wassermusterung. Ne, da haben wir das sogar herbekommen, glaube ich. Dieses Teil. Ja, wo geht's hin? Ich benutze lieber die Karte. Ich verirre mich sonst nur. So, rein damit. Jetzt fehlt noch eine vierte. Und die finden wir da. Spatel, starke Säure. Was ist mit der deformierten Dings? Mit der Säure vielleicht? Ja, ii. Ich kann das nicht fassen. Die Skulptur wurde aus einer Leiche gemacht. War das der Dieb? Was hält er fest? Das ist wirklich ekelhaft. Ich kann kaum hinschauen, so grauenvoll verunstaltet wie diese Statue ist. Ihr Schöpfer muss ganz schön daneben sein. Was hält sie in der Hand? Ja, ja. Aber wir wissen ja, jetzt ist das eine Leiche. War Wasseremblem. Jemand hat die Zeichnung des Dorfes hier befestigt mit dem Dolch, den ich René gegeben habe. Hoffentlich geht es ihr gut. Also ist das ein Hinweis darauf, wo sie hingeschleppt wurde vielleicht. Wird das notiert hier? Was mit dem Kater? Der ist bestimmt auch noch irgendwo. Gehen wir erstmal wieder hier zurück. Vielleicht kann ich da das einsetzen? Kann ich. Das muss das Wassermal sein. Dann brauche ich jetzt viel Sand. Okay, was war das jetzt eben? Ein seltsamer Schatten unter Wasser. Da muss was sein. Vielleicht mit dem Spateldammer? Nein, wir müssen bestimmt hier was machen. Kann ich hier irgendwas machen? Cheryl, mein Engel. Bla, bla, bla. Dann gehen wir wieder dahin. Wir gehen immer dahin, wo es was zu tun gibt. Das ist dann auch einfacher. Können wir dem irgendwie helfen? Können wir hier noch was machen mit dem Spatel vielleicht? Ja, können wir. Da versteckt sich ein Geheimnis. So ähnliche Male habe ich schon mal gesehen. Ist das Bild vielleicht ein Hinweis? Also, anscheinend schon. So, dann setzen wir hier die letzte Kugel ein. Was kriegen wir? Aha. Ein Sandemblem. Gut. Dann bringen wir uns mal dahin, wo wir hin sollen. Nämlich... Ach, hier ist noch was. Haben wir noch gar nicht eingesammelt. Die Macht des Fluches hält dein Dorf in einer Höhle gefangen. Die Zeit ist eingefroren. Erst wenn du dich erinnerst, kann es gerettet werden. Okay. Wieder etwas zu tun. Die Tochter des Meeres hat Freunde in Hülle und Fülle. Wenn alle zu sehen sind, kannst du weiterziehen. Also, ich glaube, ich soll einfach wieder ein Bild darstellen, ne? Also, wir machen die Tochter des Meeres. Damit verschiebe ich dann erstmal wieder die Sachen fröhlich weg. Ich will das eigentlich hier raus haben. Kriege ich das hier irgendwie raus? Hm. Schwierig, schwierig. Ach, kann ich die da auch verschieben? Nach links und rechts diesmal? Kann das sein? Ja, kann ich. Das ist ja cool. Das macht es mir irgendwie ein bisschen einfacher, finde ich. Gehört sie eigentlich in die Mitte? Ich nehme mal an, ne? Ich nehme mal an. Gehört das nach unten? Ja, okay. Okay, sehr schön. Dann gehört sie ja wohl hier in die Mitte. Dann mache ich das. Das gehört da. Warte mal. Vielleicht gehört das nach unten? Ja, okay. Das ist gut. Ich mache es mal erstmal dahin. Diddldim. Diddldim. Du kannst mal nach unten kurz gehen. Das ist egal jetzt erstmal. Warte. Ich mache das mal kurz hier weg. Das nach unten. Dann kann der Kopf nach oben. Und dann ist sie zwar fertig, aber... Der Rest noch nicht. Der Rest noch nicht. Seepäckchen gehört nach links, nehme ich mal an. Oder nach oben. Oder ich weiß auch nicht, was hier oben eigentlich hingehört. Was gehört denn nach da oben hin? Das gehört da oben hin. Das ist schön. Gehört der Seestände in die Mitte? Jawohl. Der Fisch. Der Fisch könnte dahin gehören. Okay, ich sehe das schon. Ähm, wir machen das mal anders. Den machen wir mal nach oben. Den hier hin und dann den Kopf drauf. Dann haben wir das schon. Nur die sind irgendwie noch so ein bisschen falsch. Ähm, was mache ich denn mit denen jetzt mal? Das ist ja... Richtig, ne? Ne, das war falsch. Okay. Das Seepäckchen gehört da, glaube ich, eigentlich hin. Damit sie ihre Freunde da halt hat, ne? Die Freunde. Das heißt, die Muschel, die... Warte mal, die Muschel muss hier irgendwie raus. Wie mache ich das denn mal? Ich will das so ungern kaputt machen. Warte mal, wir machen das mal so. So. Äh, macht das Sinn? Ne, die Muschel gehört ja da nicht hin. Ich brauche mehr Platz gerade irgendwie. Blöde Seepäckchen. Wenn wir den... Wir könnten ja erst mal... Das Seepäckchen machen. Vielleicht ist das sogar einfacher. Es geht nicht anders. Ich muss sie zerstören. Äh, so. Göttmann, machen wir das mal so. Und so. Und dann ist das schon mal unten. Das ist nämlich einfacher. So. Jetzt ist der Rest nämlich nicht mehr so schwer. Ups. Da. So. Tada. Wuhu. Okay. Cool. Rätsel gelöst. Muschelornament haben wir auch noch. Dann geht es jetzt nach unten. Haben wir denn hier auch die verfluchten Objekte mitgenommen? Nein, da war noch was. Ich habe es gesehen. 10 von 20. Das ist gut. Oh, sie singt wieder. Mit ihrer lieblichen Stimme. Cheryl in Madame Giards Grocery 1778. Okay. Lassen wir sie da stehen. Dann kann sie im Hintergrund ein bisschen weiter singen. Das ist viel schöner. Dieser eisige, feuchte Lufthauch macht mir eine Gänsehaut. Laut Karte gibt es einen Fluchtweg durch die Brunnenanlage in einem Garten. Übrigens kriege ich von ihr immer einen Ohrwurm. Manchmal habe ich in den letzten Tagen immer so innerlich ihre Sing-Sang-Melodie im Kopf gehabt. Das war schön. Okay, reden wir. Tschüss. So, jetzt ringt sie irgendwo da hinten weiter. Warum sollte der Geist hier sein Unwesen treiben? Gibt es eine Verbindung zwischen ihr und René? Ja klar, das ist doch die Frau, die ihr liebt bestimmt. Ein paar Mundstrahlen fallen in die Höhle. Ich erkenne ganz vage eine geisterhafte Figur, die im Mundlicht tanzt. Und wunderschön singt mal nebenbei. Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Da haben wir das eine schon eingesetzt. Das ist Renés Schleife neben dem Brunnenschacht. Er ist verschlossen. Ich muss irgendwie hineinkommen. Okay. Ja. Mach ich das hier? Achso, das mach ich hier. Kunde die Gegend. Ach, jetzt können wir da rausgehen. Jetzt singt sie da. 10. September 1777. Heute, als ich Lebensmittel ausgeliefert habe, ist plötzlich der Karren kaputt gegangen. Und dann habe ich mir auch noch meinen Fuß verstaucht. Glücklicherweise ist jemand vorbeigekommen. Das war meine Rettung. Dieses Herz war so wunderbar und so nett. Das Herz. Und ich, dumme Kuh, habe ganz vergessen, nach seinem Namen zu fragen. Vielleicht arbeitet er im Schloss? Alter, du bist echt eine dumme Kuh. Was sagt denn sowas? So, das sieht passend aus. Da kriegen wir tatsächlich noch gleich das nächste Ding. Hergestellt in Ehren. 1775. Hallo. Der Geist sah genau wie Renée aus. Sie muss das Mädchen aus dem Gedenkbuch sein. Und sie erschreckt sich immer, wenn wir sie sehen. Dort schwimmt was im Wasser. Leider komme ich nicht dran. Sehr ärgerlich. Vielleicht mit einem Eimer. In den leuchtenden Felskristallen scheinen irgendwelche Objekte eingeschlossen zu sein. Glücklicherweise sehen die Kristalle ziemlich zerbrechlich aus. Ja. Nehmen wir uns doch gleich mal eine Eisenstange und kloppen drauf. Oder auch nicht. Hm. Eine einsame, dem Verfall preisgegebene Windmühle steht unberührt am Wasser. Sie steht auf einer Erhebung. Das war ihre Rettung. Voll schön hier. Und es gibt noch mehr, was wir sammeln können. Die Meerjungfrau, der Meerjungfrau fehlt eine dekorative Haarnadel und Kopfschmuck. Korallenkrone. Die Korallenkrone geht schon mal. Das Dekor des Schmuckhässe, denen fehlen zwei Schwäne. Also es gibt hier eine Menge, was man überall einsetzen kann. Aber wir müssen, glaube ich, noch mal zurück. Auf einmal hat man so ein Wassersetting hier. Das finde ich irgendwie auch sehr schön. Nachdem wir jetzt zuletzt die kleine Meerjungfrau und der violettige Zeitensammler gespielt haben, ist das doch dann doch schon wieder auch schön wieder. Ähm. Silberner Kelch. Vielleicht sollen wir das alles ganz woanders hinbringen, habe ich mir gedacht. Zum Beispiel können wir hier das Zahnrad reinbringen. Da dreht sich was. Jetzt können wir in den unheimlichen Brunnen. Ich hoffe, ich kann die Luft lange genug anhalten. Oh. Umrahmen von den Ruinen steht die Unterwasserwelt atemberaubend aus. Da ist noch was. Die Kiste ist mit einem Ledergurt befestigt. Den muss ich erstmal durchschneiden. Habe ich aber nicht. Nee, nee, nee. Cheryl, du hast diesen Ort zum Leben erweckt. Unsere Trauer, dich verloren zu haben, kennt keine Grenzen. Dein Geist soll für immer in unseren Herzen sein. Von den Menschen in Silvery Coral, die dich lieben. Okay. Cheryl? Suntil? Eine ergreifende Gedenkstätte. Cheryl muss ihn sehr geliebt haben. Okay. Hier gibt es auch 100% auch noch ein Chameleon-Objekt, obwohl ich das sehr schwer hier finde, weil hier so viel sich bewegt. Durch die Verkleidung des Brunnenschachtes dringt seltsames Licht, aber die Statue auf der Abdeckung ist zu schwer. Ich brauche einen Hebel, um sie so zu bewegen. Was haben wir denn hier? Komm, finde mal ein Chameleon-Objekt hier. Oh, hier ist noch was. Was ist das? Ladenschild. Aha. Durch die Überreste scheinen ein paar hoffnungsvolle Lichtstrahlen. Ein Teil hat sich in den giftigen Algen verfangen. Ich brauche besseren Schutz für meine Hände. Mhm. Okay. Ich glaube, wir kommen hier bestimmt noch mal runter. Gehen wir erst mal woanders hin. So in diese Ecke wieder. Oh, der verdammte Kater. Nein, ich bin umzingelt. Was ist jetzt los? Stop interfering with my master's plans. If you don't heed my warning, I will show you no mercy. Und weg war. Ich scheine ganz nah dran zu sein. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Ein bisschen unheimlich ist der Kater ja schon. Aber eigentlich auch nicht so richtig. Korallenbrosche. Vielleicht eher draußen bei ihr. Tote Fische und Spuren eines wilden Tieres verunstalten in den Strand. Der Diener des bösen Mannes hat irgendwas hier halt angerichtet. Der Geruch und der Anblick der toten Fische ruiniert den Frieden des Strandes. Voll böse. Wir geben erst mal ihre Brosche. Und lesen. 7. November 1777. Es ist nicht leicht für Madame Gisard zu arbeiten. Sie ist sehr streng und ihr Ton kann manchmal ganz schön schroff sein. Sonst sind zum Glück alle sehr freundlich hier im Ort. Und da ist dieser reizende Herr, der mir schon mal geholfen hat. Blaze heißt er. Und heute hat er mich mit einem wunderschönen Blumenstrauß überrascht. Oh oh. Das war bestimmt kein ganz netter Typ. Auch wenn das vielleicht so wirkte. Jetzt haben wir diesen Barrelfish. Da können wir nichts machen. Und hier anscheinend auch nicht mehr. Okay. Mit einem Hammer können wir das vielleicht zerschlagen. Alles klar. Ein Wimmelbild. Ich sammle wieder. Erst mal ohne zu gucken. So. Was fehlt jetzt noch? Irgendein. Ah. Da ist es schon direkt vor meiner Nase. Ist hier hinter mir vielleicht wieder was. Das sehe ich immer nicht so. Das hier vielleicht. Nein. Das hier. Amethystfisch haben wir uns gebastelt. Und zusammengefunden. Das ging schnell. Mal wieder. Wir haben hier. Wir haben also die Fische. Wir haben das hier. Kein Zweifel, dass diese herrlichen Kristalle mal helfen sollen, den Verlust zu überwinden. Was auch immer. Was auch immer. Wo können wir die Fische jetzt mal einsetzen? Die haben wir doch jetzt so toll gefunden. Gehören die irgendwie? Was kann ich hier machen? Durchschneiden, durchschneiden. Nee. Da kann ich nicht. Aber irgendwas soll ich hier machen können. Aber was? Oder die Kelche oder so. Bei ihm hier. Ein bisschen Schutz für die Hände. Vielleicht ist es echt der Eimer oder so. Hm. Braucht mal einen Tipp. Hier. Die Verkleidungsbrunnen scheiß dringend seltsames Licht. Die Startoff der Öffnung ist zu schwer. Ich brauche einen Hebel, um sie zu bewegen. Ach, da ist die Eisenstange wahrscheinlich gut. Ah, und hier gehören die Fische jetzt rein. Okay. Gut. Aber es fehlt leider einer. Schade. Dann gehen wir nochmal hier hin. Dann kriegen wir bestimmt auch den nächsten Fisch. Und versuchen weiter die Pläne zu durchkreuzeln. Da sind die Kelche. Ladenschild. Äh, nochmal einen Tipp, bitte. Hm. Trinkbecher. Ach, die gehören hier hin. Stimmt. Sieht man auch. Und da ist auch der Fisch. Ein listiges Tier ist der Schlüssel, um diese Kiste zu öffnen. Na, natürlich ein Fuchs. Schaf mit Cello-Figur. Mhm. So, dann gehe ich nochmal nach unten. Setz den nächsten Fisch ein. Und, was kriegen wir? Ein Spielchen. Mein Gesicht verändert sich wie die Gezeiten. Es ist breit oder schmal. Wie Ebbe oder Flut. Ähm. Oh, hier ist irgendwas Tolles passiert. Ach nee, nicht schon wieder sowas. Das mag ich nicht. Zum Tauschen. Wo gehören die denn jetzt hin? Das check ich doch nicht. Nee, das ist nicht richtig. Nee. Dreh dich mal woanders hin. Hm. Ich glaube, die drei sind richtig, weil die so schön leuchten. Hoffe ich jedenfalls. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie so wieder drehen. So, jetzt tauschen. Und den Monden blicke ich da auch nicht so ganz durch, wenn ich ehrlich bin. Nee. Ah, hier ist es wieder was richtig. Der ist auch richtig. Nur die beiden noch. Okay. Schön. Kannst du dich jetzt nochmal wieder drehen? Ich habe das letzte Mal das auch übersprungen. Das mit dem blöden Schaf. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Also, mein Gesicht verändert sich wie die Gezeiten. Das ist breit oder schmal wieder und so. Die Gezeiten. Das ist natürlich der zunehmende und der abnehmende Mond, ja? Aber hier ist der Halbmond. Und dann... Hier nimmt er wohl eher ab. Und hier ist er ganz voll. Und der muss jetzt nochmal getauscht werden. Aber ich komme wie immer nicht so weit. Ich überspringe das. Ich mag das einfach nicht. Es tut mir leid. Ähm... Was habe ich denn jetzt dafür bekommen? Achso, ich kann da jetzt einfach rein. Aufgabe aktualisiert. Tag 2. Und da sind die beiden jetzt reingegangen. Silver Coral. Wo will er mit René hin? Ich muss ihnen folgen. Das ist ja aber geil. Ich finde das Setting gerade sehr cool. Ist alles so mysteriös gerade. Der lieblichen Dose fehlen noch drei Tierfiguren, um ein musikalisches Quartett zu bilden. Also das Schaf mit Cello kann da auf jeden Fall schon mal hin. Warte, da steht noch was. Dein Traum wird wahr. Bestelle die Nachbildung des Verlobungsrings, den der Graf dem einfachen Mädchen gegeben hat. Ah, ist das schön hier gerade. Sieht aus wie ein Wunschbrunnen. Vielleicht hat da jemand etwas Brauchbares reingeworfen. Nimm mal den Eimer. Und dann gucken wir mal nach. Ah, da ist noch so eine Figur. Stellen wir auch gleich dazu. Was ist jetzt hier drin? Der Laden hat keinen Namen. Eine Vorrichtung für ein Schild gibt es auch nicht. Aber wir haben eins. Madame Bizarre Lebensmittelladen. Es fehlt aber noch was. Und wir schnappen uns hier den Stock. Voll schön hier. Da ist etwas zwischen der Seeanemone und den Seepocken. Alleine bekomme ich das da nicht raus. Vielleicht mit dem Stock? Hm. Mysteriös hier. Echt. Da ist ein verfluchtes Objekt. Elf von zwanzig. Also wir sind hier in diesem mysteriösen Ort jetzt. Die Jahre im Wasser haben den... Was? Ach Mensch, wie ist das nochmal? Ein Esel mit Geschirr. Offensichtlich wird er vor den Karren gespannt, um Waren auszuliefern. Wie verjage ich bloß die Krake, ohne ihren Tentakeln zu nahe zu kommen? Vielleicht mit dem Stock einfach oder so? Okay. Was haben wir hier eingesammelt? Was? Ein Frauenrelief. Und? Was ist das? Meißel. Hier kam bestimmt der Mond rein. 20. April 1778. Liebste Cheryl, ich freue mich sehr, dass du bereit bist, mir Modell zu stehen. Ich gebe mein Bestes, um deine unglaubliche Schönheit auf der Leinwand festzuhalten. Und ich hoffe, dass Madame Girard über deine verspätete Heimkehr mich nicht verärgert war. Ich bedauere natürlich, dass ich dich von deinen Pflichten abhalte, aber unsere gemeinsame Zeit ist einfach zu kostbar. Bis zum nächsten Mal. Liebste Blaze. Das war ein Brief von ihm. Wir warten darauf, dass wir den Stern noch finden. Unter dem Dach scheint ein Fenster zu sein. Leider zu hoch. Hm. Was finden wir hier wohl noch? Karren im Wasser stecken geblieben. Da kommen wir nicht ran wegen dem Kraken. Da oben in der Ecke ist eine kleine Nische mit einem Bett. Offensichtlich hat dort jemand gelebt. Vielleicht finden wir hier auch noch ein verfluchtes Objekt. Irgendwo. Wie auch immer es hier weitergeht, erfahren wir im nächsten Part von Der böse Mann und der schwarze Kater. Ich finde, das Spiel ist immer besser geworden. Es ist echt ein tolles Wimmelbildspiel. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.